Ich kann mich und Ben auch switchen, dann kannst du zaffern dich und dann mach ich mich und Ben. Ne, soll lieber nur einer machen, das hat schon zu Problemen geführt. Gut, dann mach ich's komplett, ist okay. Ich renn direkt zu Dave. Ich renn direkt zu Dave. Ich geh direkt zu Shiyuk. Shiyuk wie die aussehen? Ja, tu ich. Okay, also kann ich ihn offen lassen in all drei Linien? Ja, der wirst doch nicht, der hat's eben auch gar nicht versucht. Okay. Das ist natürlich gut. Werde ich aber auch konsequent aufgelassen. Shotgrading Pose ist das. Ich hab ge- ich war in dem Menü drin. Alles gut, ich hab dich. Mach du mal gleich Shiyuk, passt. Naja Ben, ich mach die Screens offensiv. Ich geh krank, Alter. Ben. Ich hab Dave, ich hab Dave. Ich hab Shiyuk. Ich hab Shiyuk. Das ist mir egal. Okay, ich hab da das. Der Post verteidigt euch gerade. Allightly? Let's go, let's go. Und... Okay, jetzt geht's. Du musst einfach nur so diese halbe Sekunde warten, dann geht der. Hast du... Hast du... Ben fehlen noch, aber ihr wisst ihr was ihr macht. Ja, ja. Sag dir, Markus. Da was ist der Leading to the shit. So, boys. Dann lass mal raus reinholen. Ich steh auf den. Wenn wir's hier schon direkt? Ja. Ich bin noch... Wir haben auch keinen Timeout genommen, oder? Und so. Let's go. Was? Egal, ich geh näher zu Dave. So, also ich mach nochmal. Zafar auf X. Du stehst bei mir auch auf X. Let's go. Wir nehmen gleich nochmal einen Timeout. Oh mein Gott. Markus und Ding sind jetzt auch geswitcht. Markus und Ding sind jetzt auch geswitcht. Puh. Ich hoffe, ich hatte schon zu nett. Ja, lass mich haken. Pure Boom. Kannst du mal aggressives Pick and Pop, Markus? Ich bin drauf. 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 Da ist das... Da hast du den Platz zwischen uns beiden zugemacht, Duke, ja? Hauptsache, ich verteidige mich beide. Also mein Matchup stimmt. Mein Matchup stimmt. Meins stimmt auch. Ich kann nicht mehr als... Ich hab's jetzt nochmal rein. So, was soll ich? Wieso? Naja. Also dich auf X zappen? Naja. Das ist aber einfach... Dann spielst du auch richtig eigentlich. Ich so und so. Es geht um Job. Sie? Dann soll er machen. Okay. Ja, ich hab... Wie gesagt, Shirok hab ich gesagt, lass dich offen, dann... Ich hab... Ich hab Blob, ich hab Blob, ich hab Blob. Schuss Sieh. Ich bin bei Dave, ich bin bei Dave. Schönen Lüge. Schuss Sieh. Ach selber? auch verdient. Lob hängt bei dir? Das ist der Lock. Ich hab den Post Diction. Sharp Lock. Ja, right open. Bye Dave, let's go. Schönes machen. Schönes Ziel. Hast du. Ah, den Zürcher laufen. Ich glaub schon. So, check mal kurz Markus. Ne, bleib mal noch, also. Du weißt doch wie der aussieht Duke, renn da hin. Jaa. Fall up, fall up. Keins mehr. Meiner stimmt auf jeden Fall. Zaufer steht bei mir auch auf X. Können achten es mal kurz, wenn ich Zeit hab? Switch. Schau dir. Sport. Duke, oh nicht. Du hast in die Corner gerannt Duke, du hast es open gewesen. Open, come on. Let's go. Okay, und jetzt Konzentration der Defense. Pusht euch, komm. Kommunikation. Jeder wartet seinen Mann. Duke. Duke. Jaa. Er stand, das ist ein Sharp Lock und er stand oben frei. Alles gut, Jungs, wir haben das. Deine Markus. Let's go, Markus. Nimm den direkt am Perimeter auf Duke. Du kannst ja den Weg in die Corner mitgehen, weil der kann auch, wenn er von da direkt durchzieht, bist du ein Pfiff. Das machst du nix. Ich bin gesehen. Nimm ihn direkt am Perimeter auf. Orientier dich jetzt schon dahin, genau. So ist gut, come on. Der Post will den Ball haben. Den hole ich mal. Bonus, schade. So, jetzt keine Tampo mehr wasen. Ich hab jetzt auch mal Fulker Press eingestellt. Mal gucken, ob das funktioniert. Irgendwann müssen wir die wieder rausnehmen, wenn das mit den Matchups nicht geklappt hat. Drückt mal Start, ob ihr richtig steht. Jaa. Oder euch oben und dann wieder da hin oder so. Jaa, einfach cool bleiben. Wir können das auch ohnehin. Mach mal ein Wrap. Krieg ich den spielen? Jaaa. Oh, Duke. Das musst du sehen. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, fuck. Ich bin nicht mehr. Haben wir? Ja, das würde ich hin. Ich glaube nicht mehr. 4 Sekunden Spring, let's go Nochmal ein Rap, wenn der wieder da hochkommt, ich fasse gleich in die Corner Ich hab grad das Grünste They've got it So ich muss ja wohl nehmen es heißt egal kommen weiter geht es weiter geht es weiter geht es passt das matchup jetzt davon? ich habe 5 Würfel gemischt, 4 nach vorne waren Andys ja Mo ist schon da deswegen bin ich jetzt verschiebt gewesen entscheidend macht es nichts wenn ich da stehe was schon? oh was schön bleibst du dann draußen zaffern ne? ich lauf immer hinterher, bleib du dann draußen Masihuk wie regeln wir das jetzt noch? also hm jawoll weg du brauchst wenn ich helfen bin, schade der geht da nicht hoch ich bin dreieck immer noch ne? zum cut ja ja 10 Sekunden, ich auf mich rum ich hab den ich hab ich hab äh der hier gut du gut du gut du gut du bleib 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 ja okay lass mal ein pick and pop komm raus go lass gleich nochmal ein pick and pop probieren ja weil die Splition ist immer sehr aggressiv ich kann auch versuchen zu cutten aber erstmal pick and pop probieren ich hab Lob ich hab Lob ich hab Lob Diok bleib bei der F bleibst du doch schön eine in die corner eine in die corner eine in die corner eine in die corner ja okay okay stun 10 komplett gelb gut spot guter Rebound mach nochmal ein Fifi aufgauen oder willst du erst einen pick and pop machen? ich wollte meinen pick and pop machen okay ja oh ich bin dreieck ist aber auch open ja ja ist doch open ist doch open ja aber ich bin ein for take entspann dich jung entspann dich ich hab die ja der nächste dann vielleicht doch mal an Markus da muss ich jetzt erst konzentrieren, oder? switch doch haben wir nicht die corner aufmachen du gehst nicht du gehst nicht zum fastback du musst in der corner bleiben ich hab' ich bin heiß ich hab' ich bin heiß okay switch 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 bleib 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 klar 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 vier sekunden gelb gut spot very good L2 ist der lock? ist er oben, schön, schön, gut take attack attack come on jetzt n stop und dann n uns go und dann ist halbzeit kein vorn mehr alles gut einfach weiter scheiß drauf können wir jetzt nicht ändern einfach fokussiert bleiben ja jawoll come on gut 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 ich bin mal lob gut glaub ich so schön naja alles gut alles gut schön bleib 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 okay ich geh' 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 der wär' halt rein erzähl' dir mal erzähl' dir mal alles gut sorry Duke ich wollte dich vorne nicht ansteigen aber es hat im Angriff davor nicht funktioniert und dann seh' ich wie der Sharp-Lock da außen offen steht oder ich sag' einfach nur so dass du halt aufwachst weißt du haha schon wenig zu spät ne let's go also pick and pop it's Marcus ich spiel dich an ich bin Dreieck ja green weißt du er ist halt wieder helfen gegangen ne er ist halt wieder geklappt er dort auf die switch weg weg also gegen den brauchst du eigentlich nicht springen Duke ja weil der geht eigentlich nicht hoch wenn du da bist fiffi auf go das sollten Ellie dann Hibert schön müssen wir dann eigentlich so machen Markus sorry wenn ich beide bei mir hab gestellst du dich rundum ich mach Ellie ja ich will jetzt ein fiffi ich will jetzt ein fiffi ich will jetzt ein fiffi witzel oh mein gott ok o mein gott auf den ich hab den ich hab den ich hab den schön Was ist los heute? Sind wir da? Sind wir da? Du kommst hoch, du kommst hoch. Schön Duke. Sehr gut, sehr gut Junge. Und dein Ziel, jawoll! L2. L2 immer noch. Du hast ihn, du hast ihn. Open. Open, open. Let's go. Ich... Ich weiß nicht. Ich dachte, ich gehe safe unter dem Korb für das Board und du hast ihn rausgegangen. Nice Board. Come on Mo. Guter Pass! Guter Zucker! Hast du Mo. Hast du Mo? Richtig. Rechte Corner. Pick and Pop. Oh. Rechte Corner. Warte mal. Hold him at you. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Okay. Warte mal. Wir sollen das auch beim Inbound öfter machen, dass ich Markus anspiele und runtergehe und gucke, ob der Center mitgeht und Markus den Wurf bekommt. Ja, beim Inbound öfter. Ja, beim Inbound kannst du immer mal gucken, ob Zafer eventuell die Lane hat, weil dann Cutter ein Easy Cut und... Ooooooh. Der ist auch ohne. Ja, aber ich könnte dich einfach beim Inbound anspielen und Cutter dann halt über dich drüber und dann kriegst du häufig den Wurf, weil der Center mit runtergeht. Ja. Let's go. Das werden jetzt Punkte am laufenden Wand lang. So easy. Links Duke. Links Duke. Ja. Ist sie da? Jawoll. Schön. Gut gebaitet. Switch. Ja, switch. Back. Back. Good spot. Mein Gott. Kein V mehr für die. Duke mach das gleich, oder ich geh rüber und passe zu dir. Nice. Ich würd auch Easy Cuts bekommen Duke, ja. Deswegen, also Zafer mach nicht, nur wenn du wirklich siehst, dass er in die Korne rennt, ja. Wenn Duke den Ball in der rechten Hand hat und dann zum Moment um die an der Back einsetzt, dann kannst du laufen. Passiert nix, passiert nix, passiert nix. Der wird ungeduldig, der will cutten. Passiert nix. Bist du da, Zafer? Gelb. Unser Board. Let's go. Geh direkt durch. Open. Open. Du hast die Nummer auf! Immer wenn ich mal woanders hinguck. Das ist unglaublich. Warum laufen sie denn... Teammate sein ist ja ne gute... Ich find Teammate sein ist ja immer ne gute Sache, aber... Warum laufen sie denn dann immer auf einmal weg von mir? Alles gut. Weil die sich am heißen Schaf orientieren. Teammate sein ist ne gute Sache, aber man kann's nur übertreiben. Unglaublich, ey. Ja, der ist zu tief. Wie du willst. Was? Oh, wir hatten noch einen. Puh! 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 Ich würde ja floppen, aber ich darf nicht. Ne, den gönne ich mir kurz. Oh, komm. Aber die haben alle doch schon gesehen. Ja, du, du, du. Schöizin erhelbt Juk, schöner Held. Schade, egal. Gut verteidigt Duke, gut defense. 7,1. Die kann gut nicht. Ja, was ist der Plan? Pick and roll. Schön, nur noch eins geworden dadurch. Jawohl, wo willst du müssen? Ich komm. Jetzt bin ich genau zu der Seite, weißt du? Wir sind da, wir sind da. Schade, ich komm. Ich geh raus, geh raus, geh raus. Okay Mo. Ja, ja, alles gut, alles gut. Schade, okay. Schade. Kommo, kommo Junge, jetzt hol ihn dir! Jetzt darfst doch mal selber scoren. Hol ihn dir. LOL. L2, L2, L2. Nein, zu Choke. Oh mein Gott. Komplett den Release verkackt. Komplett den Release verkackt. Tittert mal einer, wir brauchen einen neuen Center. Also wenn ich mich an Spiel 1 orientiere. Oh. Dann braucht ihr keinen. Gut. Ich bin mal, kaum bin ich mal vorne, dann sieht die Defense wieder so aus, alles klar. Hat der Forster. Ja, geile Catch-Animationen, Alter. Den hab ich. Hol den! Hab ich, hab ich, hab ich. Das ist mein Stil! Er hat auch wieder die offene Lane. H2, Duke. Markus, Markus! Okay. Okay. Easy. Oh, kein Green. Ja, aber der war auch gut. Ah, der war gut, aber den hab ich nicht schlecht verliest. Schön. Oh! Ich bin bei Lock. Oder, okay. Easy, easy, easy. 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 Aua! Das tut doch weh. Ein bisschen simuliert, aber ist okay. Der wird hier rum gefloppt. Zaffer's durch. Geil nur der Zaffer. Ah, schön. Und die choken das hier weg. Okay. Nächster fällt, ist okay. Pssst. So wie wir beim Post gehen, glaub ich. Alter, ist auch gut bis jetzt Schluss gegangen. Oh, guck mal. Naja, ist gut. Hoppen. Nögen wir nochmal ein Pick'n'Pop, weil... Das bringt's ja irgendwie nicht hin. Eie. Langsam bringen wir uns aber auf den Sack mit dem Help, Alter. Ja, da kam er nicht rechtzeitig hin, glaub ich, einfach, oder? Lass nochmal ein Pick'n'Pop machen und hitte die Corner-Trigger. Also, Ben. Oder wir lassen die Corner-Kacken. Nene, nene, L2-Hitten. Oh, der hat die gereist. Das ist doch früher, jetzt pass auf. Oh, der ist doch schon drin! Was?! Und bei Lob? Wie ist das aber kein Rebound für mich? Bin bei Dave, let's go. Ja. Kann nicht mal passen. Ich lauf durch. Oh mein Gott! Okay. Oh, der Pass! Was? Ja, ich wollte eigentlich Starfar spielen, aber Starfar's 4 gekriegt. Hups! Also, manchmal ist das Glück auch, auf dem Torwart. Och, mooo. Oh mein Gott! Da ist der Clay Thompson in der Corner-Open. Oah, 2-Half, war der Ball auf! Okay, okay. Er will ein bisschen steilen. Er will ein bisschen steilen. Das ist okay. Er will ein bisschen steilen. Boah, diesmal war der Offen so viel schlechter als gerade, ja. Und jetzt haben wir ihn einfach dafür verteidigt. Ich habe keinen Contest dafür bekommen. Man kennt es. Die können jetzt aber schon auf das Ende spielen, die Jungs. Ich habe keinen Contest gerade dafür bekommen bei dem Layup. Was zur Hölle? Das war fast ein Block. Der hat eben schon einmal durch die Animation geklappt. Achso, Benni. Wo habe ich... Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, ich nehme mich X-Factor. Ich kann mich auch Trifactor nennen. Ich kann mich auch Big Greens nennen. Da kannst du dich aber auf Big Contest nehmen oder Big Force. Da gibt es die Möglichkeit. Big Force. X-Big Force. Das finde ich schwer. Big Big Force. Den spielt das aber wirklich. Dave Dancey jetzt. Jetzt übernehme ich nochmal. Let's go. Oh, gelb. Ja. Heißo. Geht Ball. Schönen Ball. Dreieck. Ben wollte den Ball, oder? Ben will immer den Ball. Ja. Piss dich. Gibt er die aber auch. Darf ich jetzt floppen? Nein. Oh, den dürfte. Was endet uns? Oh. Auf jeden Fall. Okay, will ich noch mal runter? Ah, Zaphe. Ja. Nein, lass auslaufen. Lass auslaufen. Lass auslaufen. Hä, die Strike Ritsch? Nein. Die Kite sagt was? Das sind schon mal 20 weniger als Eden, ne? Ja, natürlich hat er geworfen. Über den Ball nicht passt das. Green! Die 70 haben Erfolg gemacht, ne? Man muss sich auch mal gönnen. Ja. Anzeige ist raus. Jawoll, 12.000, let's go! Und das bei Double Rap, ne? Ja, richtig. So, ich denke jetzt wieder am Start.